Klasse 12 Auf geht die Reise vorne mit der 12.22 Kevin Werner geht als Erster Manuel Schulz Michael Schiebe von der 12.73 Peter Müller und dann erst Martin Dreyer Vorne aber das gibt das Hemd und Nadir Luchtern Kevin Werner 12.50 Manuel Schulz Und dann darf ich schonmal alle Fahrer der Langstrecke zur Fahrerbesprechung sofort nach vorne bitten Alle Fahrer der Langstrecke zur Fahrerbesprechung 2.25 2.25 4.25 2.25 1.25 4.25 Hinter ihm war Kevin Berner mit dem Smart, an der Seite auch noch Patrick Wolter. Ich bin am Berner. Das Schwarz-Weiß-Gerittetuch für Daniel Luchn gewinnt diesen Raum vor. Und dann geht es zurück, Manuel Schulz vor Michael Schäpe und Martin Dreyer.